happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddoggambill ich spiele heute meine mech arena 2 rohen wettbewerb kann ich spielen und danach müsste ich irgendwas anderes spielen also mal schauen was viel spaß ok die erste runde geht los vom wettbewerb spiele heute und morgen mech arena und dann mittwoch bin ich live mit free fire weil ab dem ersten geht die neue sie sind los und ich wollte diesmal probieren in der season großmeister zu werden was habe ich ja wieder nicht geschafft jedes mal hört das spiel bei fünf millionen auf bei 5000 punkte hat das spiel bei free fire auch ich weiß nicht ob das was damit zu tun hat dass irgendwie die ersten immer nur die ersten 500 leute nur reinkommen ok habe ich gekriegt schade eigentlich egal aufhören will ich deswegen online verloren die erste runde zweite kommt sofort daher mit denen haben wir aufgehört also machen wir mit dem weiter für uns war schon voll gestorben so ein bist und wieder runterlaufen zack 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 ganz knapp haben wir den hinterm vorbei gesischt das ist ja schon wieder dauernd gut dann kann ich ja wieder hochlaufen najaa wir fliegen ja wieder 8 8 8 ok es ist knapp 8 9 9 10 9 10 schade zweimal mvp nice das hat er leider nicht geschafft schauen wir uns die punkte an ich bin bestimmt der erste aus unserem team schön quest fertig der erste gut dann sage ich mal bis gleich und die zweite runde geht los noch nicht kann auch kratzen egal aber jeden moment geht es los da ist da ist es da ist es ein spieler ich weiß nicht ob das nur ein spieler war oder aber Lass uns alles beginnen. Input und Feuer. Erstes Blut. Gut gemacht. Noob identifiziert. Da oben wegkriegen mit die Raketen, den Spieler Spiel mit die Raketen ist weg Ah, ich treffe nicht mehr Ah, trotzdem gewonnen Ah, schön Nehmen wir den nächsten In hier Ich habe zwar nicht gerade viele Abschüsse gehabt Aber ich denke mal Es wird reichen Ich glaube, es ist wieder der Spieler Oh 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 Verschreckt daneben gesetzt Die Ball Ah ja Äh Ich bin in My Genia Haben wir auch noch nicht gehabt heute Okay Okay, der erste down Wer mit Rakete auf mich schießt, ist vorbei Der ist so langsam 1, 2, 1 Ah Machen wir mit dem weiter Oh 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Schauen wir uns mal an, wie die Punkte standen sind Ich war zweiter, Caro war erster Minus 15 Punkte habe ich gekriegt Na gut, okay Dann Bis gleich in der letzten Runde Okay Ich spiele Kontrollpunkte einnehmen 5 gegen 5 Aber Ich spiele Kontrollpunkte einnehmen Nein, lauf weg da Moment Ich kann nicht sehen, was ist nur heute los? Jetzt bin ich down Ja Jetzt hat er mich richtig erwischt Aber was der kann Kann ich auch Zack Bin nur ein bisschen schnellerer unterwegs Oh 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 Ah Hat er mich noch gekriegt Ah Ich verliere die Runde auch Ich verliere die Runde auch Der Tag des Großen verlieren ist es heute Oh 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 We are running out of fire. Heute ist kein guter Tag. Der Turbo ist ausgegangen. Okay, okay, okay. Ach, verloren. Drei Niederlagen, Leute. Ne, ne, ne. Oh, das ist eine Quest von mir auch. Ich muss dreimal MVP sein in einem Spiel. Er hat es geschafft. Ich noch nicht. Ja, dann schauen wir uns mal das Ende an. Punkte, die vergeben worden sind. Quest fertig, schön. Das ist so traurig. Der Tag des Verlierens ist heute. Gut. Null. Null Punkte. Okay, dann würde ich sagen, Dankeschön für Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal seid. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.